Naja, und der Schicksalswächter, der einen wegbäscht, ist auch nicht gerade hilfreich dagegen. Und was ist die Flamme? Ich bin hier. Ich bin hier. I love it, Bingo. Du leekst Bravo Du Beyond Unseek Tarnak Worker Halt Erstmal wo's Konzl haut hier weg Waa 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 How may I help? Waa 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 Waaa Gah Gah Oh god, dear dear Duh Gah Was höll ist das? Yes? Hmm... Steven! Ah! Heck! Just like an idiot! Urban Wolf! Stand! Halt! Ah! Brief! Oh! Lie! Nah! Okay, das ist ein ziemlich harter Kampf... ... ... ... ... ... ... Wenn wir Konzelhaut dazu kriegen, dass er sich auf uns konzentriert... ... ... während sich alle anderen auf die anderen Mobs konzentrieren... ... könnte das vielleicht sich auch ausgehen? Ich bin hier. Und was zeigt die Feuerwehr? Ich bin hier. I'm here. You have the what we call I and beyond but imagine what could be we've all one of the my wager the most em the power to would you think of it is the re where I'm here I'm here I'm here Hey I'm here I'm here I'm here What? I'm here I'm here I'm here I'm here I'm here Consulaut is dead that should that should that should be no harm that should be hello Steil Ah, Kana, wir brauchen Ogre hier. Äh, Edeo. So, jetzt fehlt nur noch der hier. Lagerung von Quackhort abgeschlossen. Steuern eingetrieben. Sauerkirr zurück. Ah. Äh. Ja, Belagerung von Quackhort. Ich habe den Schlüssel gefunden, den man benötigt, um einen Jens bei Konzel zu erhalten. Es ist an der Zeit, den großen Erzmagier aufzusuchen. Konzelhaut braucht die Sehne eines Wächters, um seinen neuen Zauberverzug zu stellen. Und er hat sich in den Kopf gesetzt, mal dafür zu verwenden. Ich habe Konzelhaut besiegt, einen der größten Zauberer von Eora. Ich bin hier. Hm. Was haben wir hier? Macht und Entschlossenheit. Konzelhaut Schäle. Der Schäle schwebt durch eine geheimnisvolle Kraft von ganz alleine. Seine Zähne klappern und er rollt seine brennenden Augen. Du spürst, dass Konzelhauts Energie und die Säte noch immer in ihm gebunden sind. Mhm. Ich bin hier. Okay. Was haben wir hier? Obsidian-Figur einer Lampe. Reifende Schatten. Hm. Die rostroten Figuren auf dieser Schriftrolle sehen aus, als seien sie in Blut geschrieben worden. Das Buch enthält eine Liste von Namen, denen die meisten durchgestrichen sind. Vier noch. Unberührte Namen erkennst du. Sabel, Peldon, Tanas und Wariki. Als du dich näherst, verblassen die Worte auf dieser Schriftrolle und verschwinden. Hm. Die Bretter des Brücherregals koilen über. Brücherregal durchsuchen. Ein Buch steckt in einem seltsamen Winkelregal. Als du es näher betrachtest, siehst du, dass es von einem Stilett an Ort und Stelle gehalten wird. Du nimmst dir Waffe an dich und lässt das zerstörte Buch zurück. Nach stundenlang suchen tut dir dein Rücken weh und deine Augen brennen. Findest du nichts weiteres vom Wert? Ja, Banea beendet ihre Eskorte. Das ist auch okay. Schreiben der okkulten Hand. Iotarsische Gebete. Dietrich alles Mögliche. Tücherregal durchsuchen. Du reißt die... Eines der Bücher ist besonders schwer. Als du es herausziehst, siehst du, dass es ein Buch über Mün... Dass es ein Buch über Mundskunde ist. Echte Münzen sind auf die Seiten geklebt. Du reißt die Münzen heraus und nimmst sie an dich. Okay. Du findest nichts weiter vom Wert. Dieses Buch verbrennt deine Hände, als du es berührst. Die Tottafel ist uralt. Die meisten Symbole darauf sind nicht zu entziffern. Dieses Buch verbrennt deine Hand, als du es berührst. Der dicke Stoff ist so glatt wie Lammfell und weicher als die meisten Betten. So, dann bleibt ja nur noch die Schatzkammer zum Plündern. Die Stoff ist so glatt. Ja! Ja! Stand on! Stand! Schauen wir mal, was sie dazu zu sagen hat, dass wir Konzelhaut vernichtet haben. Ich glaube nicht. Du hast Konzelhaut getötet. Sie blickt dich misstrauisch an. Ich hatte damit natürlich nichts zu tun. Was wirst du jetzt machen? Jetzt setzt meine Forschung vor Ort. Vielleicht hat Konzelhaut in seinem Bibliothek noch etwas, was mir helfen könnte. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigst, ich muss mich wieder an die Arbeit machen. Okay, sie nimmt das ziemlich locker. Ah, die Schatzkammer ist ja hier. Irgendwie war das ja klar, dass da noch eine Falle dran klebt. Margarines Feuer kastet Licht. Das ist kein Problem. Ich glaube, es kann nicht helfen. Der letzte Turm, das ist ein großer Schild. Ist zwar nur außergewöhnlich. A3-Ei nach. Silberne Skarabin-Figur. Hm. Das ist kein Problem. Okay, hier brauche ich drei Driehtöcher für, aber das ist ja auch kein Problem. Ich wollte gerade sagen, das ist putzig. Okay. Okay. Was ist das jetzt? Okay, da waren jede Menge Edelsteine drin. Oh, Adra-Bahn und Adra. Jede Menge. Hier. Das ist einfach nur ein außergewöhnliches Stilett, was wir da gefunden haben. Bewegungsgeschwindigkeit. Und einmal Probephase. Nee, da ist der letzte Turm nicht so besonders. Weil mal drüber steht schon die Durgan-Verstärkung. Ja, und ob wir das noch mit den kritischen Treffern hinkriegen, ist die andere Frage. So. Dann verlassen wir Crackhold über den Seitenausgang. Gehen nach Stalwart, um dort die Koffkate-Quest abzugeben, die letzte, die wir haben. Und ich weiß schon, dass da jetzt, nachdem wir Crackhold abgeschlossen haben, da noch was auf uns warten wird. Dann ist der Eisdrache dran. Etwas heiter regniert, um den Koffkate und deraltsten었습니다en zu überissent die jurogische Fälle. gut das heißt in crack heute lebt jetzt niemand mehr außer die eine amma keine ahnung wie lange sie noch hier bleiben wird ja 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 ja